hallo leute heute noch ein unboxing von dem film der männer schlub von dem film war gestern die premiere ich war auf die premiere und die premiere war super cool es kamen viele leute und so war viele kameramänner da oder wurde dann der film da gezeigt und der männer schlub hier hat er auch einen youtube kanal der youtube kanal von der männer schlub werde ich unter in die video verlinke und die habe natürlich auch mal eine homepage seite die welt auch unter verlinkt und wenn ihr euch der film kaufen wollt könnt ihr natürlich auf amazon bestellen die seite von amazon wäre es dann unter individuell verlinke für euch schlägt einfach mal durch und jetzt packen wir den film aus so sieht es von hinter aus so von die seite das sind leute die mitgemacht habe ich habe auch mal der männer schlub so jetzt packen wir den film aus so hier können wir das abs her das ab und der film ist natürlich usk abswölf so wenn der aufmacher sehen wir hier erst mal ein paar bilder der heißt in der film tim der so dass er das hausbild die mitgemacht habe in der film und da ist die idee wunderschönen gold gehalte gehalten finde ich ganz schön holen die cd nach raus so die so sie so aus hier wo man sich wunderschönen cd so von hinter ja wenn ihr wollt könnt ihr film ja auch mal kaufen die für alles und die video kauf verlinkt und da wo man für einen kauf kann auf amazon wäre es uns auch verlinkt schlägt da man da ist dann könnt ihr euch film auch mal kauf um angucken und ihr habt mal gehört nächste woche ist der männer schlub bei stefan raab eingeladen das ganze läuft auf pro siebe das läuft auf pro siebe und ihr könnt ihr mal rein schauen nächste woche am donnerstag der 31.05. um 23.05. läuft auf pro siebe und ihr könnt ihr mal rein schauen läuft das ganze könnt ihr mal gucken die sind eingeladen ja und bis dann leute das war der unbox von der männer schlub und bis dann und haut rein